um doch noch fertig mein Problem ist es ist fixer so hat den Kunden im Inventar wertvoller ja ich kann ja unterschlagen ich hätte ihn ja ja geträgt was ist in der Kleinkindel so äh ich brauch mal alle feiner dann teile ich es dir gleich auf ich glaube ich erst mal anhalten bitte hier hast du Pfeile und Pfeile so äh hier mach ich einfach mal unsere Waffenkiste nein ich hab doch hier schon Waffenkiste schau doch mal in die Kiste daneben bitte ja schau mal wie viel Mühe ich mir gegeben habe also echt dass das gar nicht gewertschätzt wird das finde ich eigentlich so so wir alle unsere Waffen jetzt schon mal nehmen äh äh also kannst du fängt ja gleich an oder ja da fehlen irgendwie Pfeile wir haben gar keine Pfeile ja ich weiß keine Pfeile nein nicht ja was hat er vor sieben Sekunden gesagt vor sieben Sekunden vor sieben Sekunden so hier pack ich einfach mal das Essen rein ich ach so Essen dann pack ich das auch mal rein ja hier in die kleine ist die Essenskiste warum haben wir das ganze Essen warum haben wir das ganze Essen da ist noch Brot wir haben Feierscharts wir haben kaum was zu essen was ist das ne wir haben doch ich hab ein bisschen was reingetan so da ist nichts so so Bildsuppen können wir uns auch noch machen ja okay ist nicht so ne Alter ich hab wieder die unenchantete Rüstung bekommen ihr wollt mich mal verarschen alle haben eine enchantete Brustplatte ja aber ich hab keinen so ich nehm mir mal dann zwei Lava ein aber eine ist auch ganz fast ganz unenchantete ja fast komm wir tauschen ich geb auch noch zu weit Wasser ein warum wir es nicht doch hallo ich hab nur ein Dingensens ach ich hab noch gar kein Schwert dann tauschen wir Füße gegen nein hallo willst du mich verarschen nein gib mir deine Hose wenn ich meine Füße wieder haben ja da kriegst du deine Füße die du dir gerade abgehackt hast das ist traurig ja schon so einer von mir kann sich hier noch ein Wasser einmal machen ich brauch kein Wasser einmal ich brauch Lava ja Wasser ist aber auch gut um die Gegner von der Treppe zu verdrängen auch ne gute Idee komm ich nehme die ich möchte noch ein Wasser einmal haben und im Notfall kannst du mir die Lava Wasser machen so äh was haben wir denn hier noch ich hab hier noch Schrott drin ich würd sagen jeder nimmt sie auf eine Spitzsacke gar keine so schlechte so so 3 2 was jetzt schon 1 und es geht los oh scheiße ja der ist tot ne nein nein okay das ist was nein oh okay ich glaub der riecht sich grad ein bisschen auf naja aber ja also ich glaub das ist schon okay weil es ist eigentlich kein Countdown und so naja ist in Ordnung so gut warte mal ich platziere mal die Ender Chest guck mal ob die da was drin haben nein das ist du siehst du siehst du das was tun also jeder hat jemand erde 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 wird nach oder so wie das ach was mach ich denn hat jemand doch ein bisschen die kommen rüber die kommen rüber ohne spaß ich dachte ja die Falle gebaut und so und die kommt zwei kommt was noch stimmt ich seh es tatsache oh bitte bitte dann geh einer schon mal runter mit Lava einmal bestückt äh runterspringen oder laufen ne runterlaufen warte die ich glaub die laufen dann die Lava kann das sein ne oder sie verfehlen es ah ne schade fast ganz ganz knapp ganz ganz knapp ich seh's ich seh da ich versuch schon mal einen abzuknallen ja ich glaub die hatten keine Lava wie jeden gibt einen vier nein nein verbraucht nicht eure Pfeile ok ich hab nur drei abgeschossen ja die hauen sich jetzt hier die Lava ok schon mal da oben bauen sich hoch ich kann die gar nicht erkennen soll ich mal runter ich runtergehen und töten darf ich runtergehen und töten oder soll ich das nein nein lass 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 als ich hab so viel Angst vor irgendeinem Leck was machst du da kann ich mich da jetzt runter schmeißen oder nein ich baue hier nur eine Farm hin korrekter ich balle ich sonst aus dem mit der Schwitze ey ich balle dich weg Jonge ich brenne nochmal ein bisschen Sand Alter wer hat Spinnweben geplatziert Alter boah wir sind so ein Team ne ja wer war das wohl ja wo ist die Ho ich se die Ho Pixel 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 er hat sich denn ne Eisenho gemacht ne Eisenho ernsthaft echt so ne Verschwendung man da hätten wir noch einen Locken Eimer weil wir nämlich weil uns nämlich nur noch ein Eisenpil ja ich hätte so gern Wasser einmal was soll ich weiß ich werde hier drin sind okay ich glaube die gehen hoch und wollen zu uns rüber aber ich glaube das Alter wir haben zwei nicht mehr einen Blick Leute ja äh einer von uns soll doch runter gehen Jungs soll ich runter gehen und spionieren ich geh hier runter spionieren ne also ich hab drei gesehen die schießen ja auf uns lass mich verarschen was doch passt auf die schießen nein lasst ihr die Pfeile verstehen die haben nicht unendlich Pfeile und auch wenn sie euch treffen die können nicht Mojang Mojang ich doch jetzt ja du natürlich sollst du runter gehen jetzt soll ich mich beeilen guck mal ich verschieße lieber keine Pfeile weil unsere Pfeile sind auch begrenzt und wenn sie schießen nein nein getroffen scheiße getroffen getroffen perfekt perfekt wie geil das ist wo sind deine Sachen unten wir kriegen nur Pfeile von denen mehr kann nicht passieren sind deine Sachen unten nein Pixel ich hab dich doch geliebt und ich dachte wir schaffen das Pixel sind deine Sachen unten ja sind sie ach was was für ein mega cheater wo sind die unten da was ist denn passiert ich bin tot warum weil ich weil mich jemand auf der Treppe angeschossen oh fuck ja das ist das ist hart aber ok das war finde ich ein verdienter kill ich meine das müssen wir erstmal treffen oh Boah Scheiß hat mich immer auf der Treppe getroffen ich bin jetzt ex vorsichtig aber ich habe auch ex ich ich hab auch ex auf die Treppe gesteuert weil wenn wir sie treffen würden dann würden sie theoretisch auch schon runterfallen ich hab ja mal ein bisschen glasen gemacht man könnte es versuchen wir haben ja wirklich ja ich habe einen getroffen oder der ich weiß nicht also er hat genau in dem Moment Schaden genommen ok wer ist das da ich weiß ungefähr wie weit ich bin unten Norloff wer hinten ist Naftchi und sehe ich nicht weiß nicht Norloff geht hoch ich glaube er hat mich ignoriert was 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 wie er geht hoch alter ich glaube ich stell mal ach nein ich kann ihn nicht runter stellen Ich hab Norloff getroffen echt wo ist er denn Was macht der da? Was zur Hölle macht der da? Soll ich zu ihm gehen und ihn angreifen und versuchen, ihn zu töten? Ich weiß nicht, wer Nodob ist. Wer von denen fielen? Es ist der. Es ist der, der... Skuma, verstehst doch nicht die Pfeile. Ehrlich. Wir werden die eh nicht runterschießen können. Das wird bei euch nichts bringen. Ich will erst mal nur wissen, ob jetzt jemand hier hoch... Alter. Immer wenn ich in irgendeine andere Richtung schaue, dann kriege ich so einen richtigen Ruckler. Boah. Boah, ich bin voll aufgeregt. Mein Herz schlägt. Dein Herz schmilzt. Alle haben voll den guten Bogen. Scheiße, scheiße. Die haben... Die hat den überdrehenden Bogen. Scheiße, 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 scheiße. Ja. Soll ich jetzt mal hier so eine Dreckwand hinbauen? Ich sehe zwei Spieler unten. Wo? Auf Unterseite? Der hat schon, du hast ja kein Cape. Das heißt, dass da ein Urlaub ist. Der eine. Aber ich sehe nur die Figur. Das ist so. Da man spawnt auch manchmal bei mir die Welt auf dem Boden. Ernsthaft. Job. Was machen wir jetzt? Irgendwie, ich habe voll Angst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich wieder hochkommen? Soll ich? Ja, ich würde sagen, du bekämpft sie, ne? Ja, ihn doch noch alleine. Ja, ich glaube, ich sollte... Warte, ich komme mit drunter. Also wenn, ähm, wenn der Urlaub das macht, was ich denke, dann haben sie eine Falle gebaut und wollen sie, äh, uns zu ihr laufen. Der schießt die ganze Zeit auf Milch. Ja, dann schieß zurück. Nein, dann schleich ich mich von der Seite an und versuche ihn zu köln. Versuche ihn in die Lava zu drängen oder so. Irgendein Plan, was ich machen soll? Versuche ihn aufzuhalten. Ja, wollen wir alle runtergehen? Nee, oder? Nein, wofür habe ich dann das Ding gebaut? Vor allem das Geile ist, dass wir unten dieses Ding, dieses Wasserteil haben, aber ich mich nicht traue, da runter zu springen. Ich mache das jetzt einfach, oder? Ja, ist das ungefährlich? Ich weiß es nicht. Was denn? Runterzugehen? Nein, da runter. Alter, wer hat mich da mal hingesetzt? Also, soll ich denn eins runtergehen? Das wäre halt gefährlich, ne? Oh, habe ich überlebt. Das erste Mal, dass ich vom Ding runterfalle, ist natürlich. Ich gehe von hinten ran. Ähm, hier, äh, Christoph, Donald. Ähm, ich werde von hinten ran. Die bauen sich mit Brücke rüber zu uns. Also, so sieht es jedenfalls aus. Ich werde, ich werde, ich werde, ich werde nur noch auflenken. Schau mal, es ist so die perfekte Gelegenheit, zu versuchen, sie runterzuschießen. Ich bin hinter ihm, ich bin hinter ihm. Ja, aber die bauen es so, dass man sie nicht so richtig schießen kann. Jetzt hat einer den anderen geschlagen. Ach, mit Rüstung. Donald lässt sich gerade runter. Ja. Wirst du hinter ihm? Soll ich mal lieber hier oben bleiben, falls sie sich echt hier rüber bauen? Fuck. Oh, die schießen wieder. Ich renne jetzt einfach da hin. Ähm, ja, gut. Versuch sie doch einfach runterzuschießen. Fuck, wo ist er? Ja, ich werde ihn nicht erwischen, aber ich kann es versuchen. Oh, da ist er. Da ist nur noch, da ist, nee, das bist du. Scheiße. Da ist er, da, hier, da. Sein Name. Ich sehe ihn nicht. Fuck. Ich sehe ihn. Da ist er, da ist er. Ah, fuck. Da ist er, da ist er. Na ja, mit der Lava kriegst du mich nicht, nur ob, so nicht. Ah! Du brennst! Ich weiß. Keine Sorge. Ja, Wasser. Ja, ich habe einen getroffen. Müsst du nur versuchen zu erkennen, ne? Alter, was für ein Bogen! Sag ich doch, bist du tot? Nein, 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 nein. Wegrennen! Ja, ich, ich mache Rückzug. Ich weiß nicht, habe ich jetzt hier in Laubmus ein paar Feuze zu verschießen hier. Sonst lasse ich es lieber. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ich kann noch nicht identifizieren, was ich finde. Ja, Alter, ein Notab kommt zu mir. Ich würde mich verarschen. Wäre wahrscheinlich, ich weiß nicht, wäre das zu gefährlich, jetzt runterzugehen. Ja, ja, ich bin so nämlich gestorben, ja, mich auch gefährlich. Ah, er folgt mir! Soll ich hochgehen wieder? Äh, ja. Ich bin auch, ich gehe mal auch in die Richtung von unserem Heim und dann versuche ich dir mal so ein bisschen Deckung zu geben, soweit es geht. Der ist hinter mir. Echt, scheiße. Oder ist er hinter mir? Den nicht. Hier komme ich, hier komme ich. Wollen wir einfach wieder hochgehen? Da ist er, fuck, da oben ist er. Wer ist das, hä? Wer ist das, Exorzist? Alter, willst du mich verarschen? Wir haben das zu übergebaut. Oh, ja, er verbrennt. Oh, er ist so knappt an der Lava vorbeigeschraubt. Wo bauen die sich denn rüber? So ein Scheiß, ey. Alter, wo sind die? Ähm, wollen wir hochgehen? Und da immer auch oben campen. Die kommen muss ja irgendwo auch kommen. So. Kommen wir einfach hoch. Aber versuchen nicht runterzufallen. Okay, wir müssen nicht abgeschossen werden. Wir hätten mehr Bäume anbrennen sollen, damit wir einfach eine bessere Übersicht haben. Aber wir bleiben hier erstmal. Die sind da hinten, die sind da hinten, die sind da hinten. Ja. Also wir hatten Notopp schon fast unter Griffel, aber er hat es natürlich schlau gemacht mit der Lava. Muss man ihm lassen. Okay. Oh, da habe ich einen gesehen. Die bauen sich da hoch. Okay, warte. Ich versuche mal näher ranzugehen und vielleicht so aus der Deckung zu locken. Mal schauen, wie weit. Ich frage mich, was die vorhaben. Das Problem ist, sind jetzt beide zu zweit. Äh, ja. Und ihr seid zu dritt. Ja. Nein, nein, nein. Ich meine alleine. Hier bei uns, meint er. Da oben rüberbauend dauert eine Weile, bis die bei uns sind. Okay, hast du beide im Griff, äh, im Blick? Ah, da? Ja, ich habe beide im Blick, aber ich sage nichts. Ja, ich habe dich gesehen. Ja, er schießt auf mich. Okay, ich behalte jetzt mal ein paar Pfeile, weil wenn sie sich wirklich mit der Brücke rüberbauen, dann kann ich sie auch später noch erschießen. Mann, ich weiß nicht, ich kriege jetzt nichts mit. Oh, alter, alter, nicht backen. Ist da oben denn noch einer Gegner? Ja, da ist noch einer. Wahrscheinlich bist du ihr letzte Überleben. Okay, ich glaube, sie kommt, ich glaube, sie. Hoch. Ich gehe hoch. Äh, 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 Dingens, äh, Mojang, hast du meine, äh, meine Ausrüstung wieder nach oben gebracht? Nein. Die könnte aber Skuma helfen, ja, okay. Warte, ich bring die, ich habe ja, ah, das ist einfach wie so viel weiter. Ah, jetzt wird's nachts, jetzt wird's mies. Aber pass auf, wenn du hochgehst, ne? Hm. Irgendwie vielleicht, ja, vielleicht immer mal einen Stopp einlegen, so unregelmäßig, damit die das nicht einschätzen können. Ja, komm, wenn ich von der Seite gehe, dann lasse ich es. Und theoretisch, wenn du hochgehst, kann ich dir Feuerschutz geben, ich kann dir dann auch... Okay, sie greifen, ich glaube, sie greifen an. Ich glaube, sie bauen sich jetzt hoch. Soll ich Lava runterfließen lassen? Nein, noch nicht, noch nicht. Nein. Weil, wenn du gleich Lava runterfließen lässt, dann werden sie ja gleich sagen, äh, Alter, er schießt mich ab. Aber ich kriege schön Pfeile von denen. Pass auf, pass auf. Wer? Wenn er dich trifft, dann bist du tot. Das ist mir nämlich schon passiert. So kann er dich erst mal treffen. Muss irgendwie hochkommen. Äh, ich bin gleich ganz oben. Ha! Pfeiler. Boah, Alter, was für eine Spannung. Äh, Skuma, ich bin gleich bei dir oben. Hm. Okay, ich glaube, Nodop geht auf die Treppe rauf. Was, du gehst auch hoch? Du könntest zum Beispiel... Ich bin schon, ich bin schon fast oben. Alex, du hättest, du könntest zum Beispiel beim nächsten Mal hier, hast du eine Spitzhacke dabei? Ja. Dann bauen wir ein paar Treppenstufen ab. So einfach so, einfach mal so zwischendurch ein paar Dinger. Ja. Ich kann nicht, nicht jetzt, ja okay, da, ab da, kannst du dich machen, aber nicht ab der Ebene da. Ich will nur, aha, Nodop, ey. Was mit Nodop? Ne, 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 geh lieber, hör, geh, 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 lieber, hör, hör. Was machst du denn? Nein, keine Lava. Nein, nur so ein bisschen. Ah! Schießt. Schießt du da oben, ja. Okay, Alter, da ist der. Okay, die bauen die Brücke weiter, definitiv. Okay, Pfeile sparen. Die können wir später noch... Dann sind wir mal treffsicherer. Pass auf, Alex. Skuma, hast du... Warum machst du das denn nur für die linken Seite? Die kann auf der rechten Seite... Auf der, auf der, auf der, auf der, auf der rechten Seite kann die ganze Zeit vorbeilaufen. Oh ja, Alex. Sehr gut. Ja, ich versuche nur so ab und zu mal. Ich habe mich auch, äh, nicht unendlich, ja, Dingensens. Erbaut, erbaut. Ärgerlich ist, da war kein Essen bei, bei dir. Wie trifft, wie kräftet man diese Schälchen? Mit drei Holz. Drei Holz? So wie, so wie ein Eimer. Ja, okay. Ich weiß, ja. Ich bin nicht über... Ich mach. Ich mach. Ich mach. Ich mach. Ich mach.